Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Fallout 4. Ich war mal so frei und hab unsere Metallrüstung wieder angezogen, zusammen mit dem verbesserten Teil, was wir fürs Bein bekommen haben, weil ich einfach denke, das könnte besser sein. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, sind uns die Geschütztürme feindlich gesinnt? Sieht erstmal nicht so aus, ne? Ich lege mal die Waffe kurz beiseite. Ach du Scheiße, das ist ein Mutant. Halt ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Du bist ein Super-Mutant. Ja. Deine Augen funktionieren offenbar. Ich gratuliere. Offentlich bist du nicht nur hier, um mich darauf hinzuweisen. Also, was willst du? Ähm. Kannst du mir jetzt etwas über das Institut erzählen oder nicht? Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Hab mich drum gekümmert. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an. Er ist tot. Ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du. Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum gehen? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein. Das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Mann, ich suche meinen Sohn. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment. Was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle drauf gehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das spielt keine Rolle. Gut. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann dir helfen. Aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Alter, sag jetzt bloß nicht, ich muss da draußen irgendwas machen. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und... Schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? Absolut kein Problem. Du hilfst mir. Ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Synth das Institut betreten und verlassen? Teleportation. Ja. Die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele. Das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an. Ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Einen, ja. Jede Menge? Nein, ich weiß nicht. Na, das war dieser eine Typ, der den Sohn geholt hat. Keine Ahnung. Da klingelt nichts. Überrascht mich nicht. Die kommen nur selten raus und dann sieht sie meistens niemand. Runner sind Synths des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synth vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Das ist deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein. Und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch... Nicht drauf gehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich... Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Ja, für dich wahrscheinlich mehr, nur. Okay, wir haben ein Level ab. Wir wollten ja auf Stärke ein bisschen was raufknallen. Sie bestimmt die Waffenpräzision im VATS. Ach, das ist alles so geil. Intelligenz sind wir ja fertig. Der letzte Punkt, der uns fehlt, der ist ja durch die Wackelpuppe noch zu holen. Wir machen auf Stärke. Zack. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd mit dem, äh, dass wir da ein Radio nutzen sollen. Nett. Oh. Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Geil. Danke, Virgie. Hab' mir mitgenommen, ne? Ist okay, ne? Wenn nicht, dann sag' ich einfach jetzt. Dann lege ich es wieder zurück. Mach' ich natürlich nicht. He-he. Heiz ab. So, ja, schön. Ich schütze und lehne. Hm. Ich schütze nicht. So, alles klar. Also so ein Runner. So, mal gleich auf der Karte gucken, bevor hier ne Todeskralle irgendwo rausgeschossen kommt. Äh, Markierung entfernen. Gut. Ah. Äh. So. Backstreet Apparel. Alles klar. Da drüben geht's jetzt hin. Was heißt, warte mal, wir haben ja... Nein, wir haben ja den An... Wir haben ja den Anzug gar nicht mehr an. Ach komm, dann ziehen wir ihn kurz an und dann schwimmen wir hier durch. Äh, da. Immer noch besser, als jetzt hier den Weg außen rumzulatschen. Ach, das ist schon hier vorne dann direkt. Ist ja, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen doof mit dem Radio, denn ich hab' ja das Radio komplett leise geschalten. Aufgrund von... Naja, was da halt so für Musik läuft. Das ist halt alles so ein kleines Problem. Mit YouTube. So, ne, hier Metallrüstung rechtes Bein. Und wir haben ja jetzt das Problemlösers an. Ist ganz cool, weil wir da bei Robotern mehr Schaden verursachen. Und die SINs sind ja Roboter. Mir fällt grad auch ein, dass wir ultra wenig Munition haben, ne. Ich hoffe jetzt einfach, dass das mit dem Radio so funktioniert. Dass wir das jetzt einfach das Radio auf das Runner-Signal einstellen. Achso, und das wird dann oben angezeigt. Der Hint ist nicht gut. Ist irgendwie hier lang besser, ne? 27. Vielleicht müssen wir hier hoch. Hier wird's auch nicht besser. Ah, Mann. So was, äh, sind Missionen da, ja, aber... Oh, doch. Hier bin ich auf einem guten Weg anscheinend. Dock mich, du Wichser. Alles cool. Wer ist da? Niemand. Ich hab was gehört. Nee, hast du nicht. Verdammt, ich brauch Feuerstuhl. Was? Nee, jetzt gehen wir wieder weg von dem. Wir müssen da durch. Ich hab' den Heldenspiel. Hörst du, hörst du! Hörst du, hörst du! Lass mich los! Blöde Kuh. Alles klar, wir haben keine Stimpacks mehr anscheinend. Oh Mann, ey, jetzt kommt wieder alle zusammen bei uns. Warum ist das bei uns eigentlich immer so total durcheinander alles? Wir nehmen mal einen Medics. Alles klar, alles klar, alles klar. Alter, wie viele das einfach raus sind. What the fuck? Scheiße. Ich hab' wieder Sachen geplündert, die ich nicht plündern wollte. Alter, ich weiß, es ist ein bisschen chaotisch, was ich hier grad mach. Wann wirst du nachladen müssen, Arschloch? Deine Augen! Ja, der Hund ist schon wieder hier. Oh, mir geht's ja so schlecht. Ich hab' eigene Probleme, Hund. Und hörst du mich die ganze Zeit meckern? Ja, gut, du hörst mich die ganze Zeit meckern. So, Waffen, irgendwas hab' ich aufgehoben. Irgendeinen Scheiß schon wieder. Egal. So, auf jeden Fall wird hier die Signalstärke besser. Und da oben ist noch irgendwie ein Feind. Ja, und genau das werde ich jetzt aus dem Machen. Nichts. Sommer. Spinnst du wohl? Hm? 51% Signalstärke. Da geht's irgendwo lang. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umgucken, oder? Aber da rein will ich nicht. So, 59%. 63. Speichern. Autsch! 68. 75%ige Signalstärke. 80. Wir haben ihn gleich. Trinken nochmal ein Wasser. War eins zu viel. Huch. 85. Wir haben's gleich. Okay, da ging's wieder runter. Da auch nicht. Wir müssen in die Richtung. Ist das hier drin, oder? Alles klar. Leute, was uns hier drin erwarten wird, wer der Typ da ist und vieles mehr, seht ihr in der nächsten Folge von Fallout 4. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. ð ist das hier drin einlassen. Was äh, vielleicht ein Ähn oxen.